Das klappt niemals. Er hat da nie die Balance. Es geht zu schwer. Selbst wenn, er muss ja drin hängen, dann muss er seine Beine hinstellen können, weil er muss ja halt, egal wo er ist. Film? Ja ja, ich film's. Ich schau mal für die Vettel. Schafft er diesen Sessler, diesen Sessler zu tun? Okay, anläuft sich mal ein ganz verrückter Versuch den Sessel auf dem Wurper. Helm erst mal anziehen. Der Maul ist da. Den würde ich draufhaken, ich mach den Sitzbank runter und mach den Sessel drauf. Es geht nicht. Logisch geht es doch. Wer macht's mit mir? Ich muss auf die andere Seite eigentlich. Ja, genau. Jetzt müssen wir nur noch antreten. Die neue Mofa-Art. Das ist die bequemste Rolle, die es gibt. Wenn ich die Bullen erwischen, da hast du keinen Führerschein mehr. Gut. Was? Oh je! Schafft er es oder schafft er es nicht? Das ist schwer! Das ist schwer! Ja, das ist schwer! Was war los? Geil! Oh, ich hab Pause gehabt die ganze Zeit.